Fine Voices. Große Stimmen. Lesen. Todeshaus am Deich von Hannes Nügert. Gelesen von Jens Hartwig. Der mäßige Westwind trieb die Wolken landeinwärts und veränderte fortwährend Formen und Farbspiel der am Himmel vorbeiziehenden Gebilde. Zwischen die überwiegend düsteren Töne mischte sich hier und da ein aufgehelltes Grau. An einer Stelle strebten die fransigen Ränder auseinander und boten einem weißen Fleck mehr Raum. Den ganzen Tag war es bedeckt gewesen, doch jetzt riss der beständige Seewind die ostwärtsziehende Wolkendecke auf und zeigte ein Stück mattblauen Himmel. Durch diese Lücke tasteten sich einige Strahlen der Märzsonne auf das Watt herab, wanderten südwärts über den Deich und das dahinterliegende feuchte Grün, überquerten den mattglänzenden Asphalt der Straße und fielen durch das Fenster des modernen, rot geklingerten Hauses. Als hätte jemand einen himmlischen Spot angeschaltet, beleuchteten die Strahlen das Gesicht eines alten Mannes, der langgestreckt in seinem Bett lag. Die trüben Augen im faltigen Gesicht nahmen den Gruß des Himmels aber nicht wahr. Sie waren geschlossen, während sich der Mund weit geöffnet hatte und den Blick auf die zahnlosen Kiefer freigab. Nur schwach war das Röcheln zu vernehmen, das aus der Kehle drang. Der magere Oberkörper bäumte sich mit der Kraft auf, die dem alten Menschen verblieben war, und die dürren Arme griffen panisch zum Hals. Sie wollten den Fremdkörper beseitigen, der sich im Rachen festgesetzt hatte. Immer kläglicher wurde das Atmen, der verzweifelte Kampf um die Luft, die nicht mehr in die Lunge strömen konnte. Die dünnen Finger verkrampften sich in den Kragenecken des Hemdes. Der Mann spürte nicht, wie sich sein Fingernagel in die Haut am Hals eingrub und eine blutige Schramme hinterließ. Die Brust hob und senkte sich unter der Bettdecke, bis das Röcheln langsam nachließ, der Körper in sich zusammenfiel und die linke Hand vom Hals in Richtung Brust rutschte. Paul Schüttemann hatte den letzten Kampf seines Lebens verloren. Er war 92 Jahre alt geworden. Das Loch in der Wolkendecke war weitergezogen. Das milchige Licht des Merzhemmels erhellte den Raum nur matt, als Schwester Regina nach einem pro forma Anklopfen das Zimmer betrat, das in den letzten Jahren der Lebensmittelpunkt des alten Mannes gewesen war. So, Herr Schüttemann, jetzt wollen wir dem Mittagsschläfchen ein Ende bereiten, sagte die gut fünfzigjährige Frau mit dem mütterlichen Aussehen, strich sich eine vorwitzige blonde Locke aus der Stirn und eilte ans Fenster, um es auf Kipp zu stellen und die frische Seeluft hereinzulassen. Dann wandte sie sich dem Bett zu, in dem der Kreis auf dem Rücken lag, die Augen geschlossen und den Mund leicht geöffnet. »Herr Schüttemann, Sie müssen wach werden!« Die Stimme der Schwester war eine Spur eindringlicher geworden. Sie sah auf den Mann hinab. Als dieser sich immer noch nicht rührte, fasste sie sanft an seine Schulter und bewegte sie. Dann bemerkte sie, dass sich die Bettdecke mit der mageren Gestalt darunter nicht im gleichmäßigen Rhythmus der Atemzüge bewegte. Schwester Regina beugte sich zum Kopf des alten Mannes, fühlte mit zwei Fingern den Puls an der Halsschlagader und erkannte sofort, dass Paul Schüttemann tot war. Aufgrund der langjährigen Erfahrung einer auf Altenpflege spezialisierten Krankenschwester, für die die Begegnung mit dem Tod zum Berufsalltag gehört, war Regina weit davon entfernt, in Panik zu verfallen. Sie verließ den Raum, schloss sorgfältig die Tür hinter sich und ging ruhigen Schrittes über den Flur zum Schwesternzimmer. »Schwester Regina?« wurde sie auf dem Flur von einer weißhaarigen alten Frau angesprochen. »Können Sie noch mal nach meinem Fernseher gucken?« Regina schenkte der alten Frau ein Lächeln. »Ich sage Gerd Bescheid, Frau Bäckerling. Der wird gleich zu Ihnen kommen. Danke,« hörte sie die Weißhaarige hinter sich herrufen, bevor sie ins Schwesternzimmer eintrat. Die Pflegedienstleiterin Schwester Dagmar sah kurz auf, widmete sich dann aber wieder der Aufteilung von Medikamenten, die sie den zahlreichen Packungen entnahm, und gewissenhaft nach Plan in die kleinen Döschen umfüllte, die mit den Namen der Bewohner des Seniorenheimes versehen waren. »Herr Schüttemann ist tot,« sagte Regina. Sie setzte sich auf einen Stuhl und konnte nun doch nicht völlig ihre Erregung verbergen.